Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielpunkt. Gib, gib mir eine Sekunde, okay? Jackie, nein. Mr. Wells Überreste. Halt deinen Maul. Jackie. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. Deschamps erwartet Sie in Zimmer 204. Er ist auf jeden Fall spektakulär draufgegangen. Er wird auf jeden Fall einen Drink im Afterlife bekommen. Hoffe ich. Tschüss, Jackie. Auf nimmer Wiedersehen. So, und jetzt erst mal mit Dex reden. Ja, und wir haben zu viel dabei. Ah. Ja, ich wusste, dass er stirbt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so mitreißend ist. Wir haben viel zu viel dabei. Ich nehme die Sachen trotzdem alle mit. Warte mal, woher kommt das denn jetzt? Ich decke, dass er in den letzten Jahr 1945 endgültig in die Knie gezwungen wurde. Seiner Familie zufolge wollte Saburo von Verzweiflung und Scham getrieben, den Freitod vollziehen. Seppu. Doch beim letzten Moment änderte er seine Meinung. Weshalb? Das weiß niemand. Was auch immer zu dieser Entscheidung führt. Saburo hat dieses Kapitel abgeschlossen und nie wieder mit jemandem darüber gesprochen. Er widmete seine Aufmerksamkeit nur noch einer Sache, der Arbeit. Als sein geschützter Vater Sasai Arasaka 1960 verstarrt, übernahm Saburo die Kontrolle über das Familienunternehmen. Unter seiner Führung trat das bescheiden Unternehmen seinen Weg zum international marktführenden Konzerngiganten an. Es war im Jahr 1990, dass die Arasaka Corp. erstmals in der Global 500 auftauchte. Und 1996, nach dem Zerfall der Vereinigten Staaten, stieg sie schnell zu Nummer 2 der Rangliste auf. In den schwersten Zeiten der amerikanischen Geschichte gab Saburo Arasaka tausenden von hilflosen Bürgern sichere Arbeitsplätze und half uns auf ewig verloren geglaubten Wohlstand zurückzubekommen. Und dafür werden wir sicher für immer dankbar sein. Arigato gozaimasu, Saburo-san. Und jetzt ist er tot. Aber nicht durch unsere Hand, sondern durch die seines Wichs-Scheiß-Sohnes. Boah, ich werde mich an dem rächen. Was ein Arschloch. Der regt mich mehr auf als in Detroit Become Human dieser eine, der den Maler umgebracht hat. Und es dann auf uns geschoben hat. Seinen Sohn damals. Das war 204, ne? Ja. Wie Deck schon gesagt hat, wenn alles schief läuft, treffen wir uns hier. Na nö. Lass mich rein. Erwartet. WNS, N54, selbst die Piraten-Sender. Deine Fresse ist überall. Und Jackster? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Ab ihn nicht. Hm. Meine gute Nachricht. Gute Nachricht? Saburo-Arasaka. Tot. Hast du ne Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit nem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Ich weiß. Ich hab ihn nicht getötet. Deshalb müssen wir Night City verlassen, Dex. Wir? Du bist der Fixer! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Neuer Ort. Neuer Name. Aber erst. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Regwins. Ja. Das gebuchte Shuttle. Heute. Wie einfach alles schiefgegangen ist. Ach, warum nicht? Sieht doch wieder aus wie neu. Ich hab's verfürchtet. Wie im Trailer. Ich hab's verfürchtet. Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ach. Ruhmreich drauf gehen können wir. Jetzt, was soll das? Cyberpunk 2077. Und jetzt erst das Intro. Wie lange waren das jetzt? Fünf Stunden? Sechs Stunden? Boah. Hey! 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 Ich glaube, ich weiß, wen wir jetzt spielen. Was sagst du? Guck mal im Spiegel. Ich fühle dich total zugedröhnt. Was willst du? Mein Bühne. Hey, heute Nacht. Verabschiede ich mich von euch allen. Ja. Geld ist Geld. Da gibt es keinen Spaß. Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Wie viel nutzt du da hier? Nutten, Nutten. Hm, geht klar. Aber ich bin schweiz. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mist, Kerr. Ich werde dich echt vermissen. Bis zum nächsten Leben, mein Freund. Es ist dann Zeit, wenn ich da bin. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Fallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, scheitern! Bringt uns in die Luft. Hier, setz das auf. Und bin es nicht ab. Klar? Und du kommst dir? Ich werde dich gar nicht mehr sehen. Hurrund? Ich bin ein Sprechgeist. Ich bin ein Sprechgeist. Ich bin ein Sprechgeist. Pacifica ist abgeschnitten. Nichts läuft. Militär auf den Straßen ermotzen. Puren Söhne. Was da draußen abläuft, waren wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Whales richtet. Weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Thompson. Schluck die Gewissenswisse runter. Arasaka? Mit einem anderen Logo. Zieh in den Reichweite! Das ist Regen! Mach sie kalt! Keine Gnade! Geh! 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 Johnny! Geh! Ja, die ist getroffen. Geh! 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 So geht das So nicht anders Bam 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 Los runter mit euch So Murphy Habt ihr Zugangspunkt gefunden Los Johnny Du denkst an den Plan Ladung in den Fahrstuhl scharf machen Und den Rest der Schwerkraft überlassen Die Explosionen schüttet das Fundament Turm stirbt ein, Chaos, Geschrei, Abspann Wir haben nur ein kleines Zeitfenster Bringt mich ein Grün, Fliegen, Vögel, Fressen, Katzen, Mäuse, Scheißen, Ratten, Flöhe Der Mainframe ist kein Spielplatz Murphy, mach schon Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können Meine Fresse Wer hat denn dieses Manifest geschrieben Die Antwort kannst du dir selbst denken Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet Das sage gerade ich Da los, halt ihn ab Noch mehr Lass uns die Wichser glatt machen Oh Leute Hab ich ja gar nicht gesehen Du bist das wohl nicht Sie suchte mit Fingern, suchte mit Bedacht, jagte es mit Zinken und Acht Demolitron Demolitron Achso Schmeiß die Rotoren an, die sind gleich da Noch nicht fertig Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen Scheiße, ich wusste es Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groovy-Output Du würdest das nicht verstehen, Rogue Mach das alleine Du hast vier verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst Tür ist offen Arasaka-Wichser, Mama Vier Minuten? Schaff ich So wie der Rest der Welt Was? Kein Und-Shot? Bin enttäuscht Kontakt 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 Wir sind gleich am Zugangspunkt Kabel rein Netter Eisbrecher aus dem Ausland Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch Hilfst du uns oder nicht? Weben, Spinnen, Spinnen, Weben Zeit, ein paar Fliegen zu fangen Danke, Murphy Das ist das neue Logo Und jetzt noch ein wenig Heiliger Cyber-Strohsack Wir sind im Fernsehen Seht! Nun schalten wir zum Arasaka Tower Wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist Die Terroristen erklärten ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation Fertig! Und jetzt raus da! Sie kommen hoch! Sofort zum Dach! Schnell! Naja Bin auf dem Weg Oh Oh Scheiße Das ist Adam Smasher Johnny, lauf! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange Lauf, Johnny, so schnell du kannst Scheiße Smasher Hab's doch gesagt, Johnny Boy Eines Tages mach ich dich fertig Die Tür ist ganz schön Shaun Sie leben Die Tür ist ganz schön Sie werden Nein, ich bin Ich berberge Sie leben Sie leben Sie leben Sie leben Versuchen wir es noch mal. Deine Komplizen. Wer sind sie? Welche Komplizen? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Was für Dinge? Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Was für Dinger? Ich sag hier gar nichts. Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Was du sehen? Du bist so, Hanas Yusser. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Was ist das denn? Ich wollte nicht, dass er stirbt. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Mann, was für ein Angriff ist, dass er nicht so begeistert ist. Mann, was für ein Angriff ist, dass er sich nicht so begeistert hat. Aber der Herr Schuss ist anders. Der Herr Schuss ist ein Angriff, aber sie haben keine Scheiße. Der Herr Schuss ist ein Angriff. Der Herr Schuss ist ein Angriff. Nein. Nein, 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 nein. Und wir sind wieder wir. Und wo sind wir? Bleib hier, Mensch. Und du? Wer bist du?